Wir haben hier eine lange Weine und fahren Wasserbahnen aus Langeweine, aber wir drehen uns. Ja, im Moviepark Germany beim Mystery River im Nickland. Aber du musst mir die Fahrzeuge zeigen. Guck mal, schöne Sitze, wir sind allein allein. Jetzt kommt gleich, glaube ich, die erste Stelle, wo wir nass wären. Soll ich mich vielleicht rübersetzen? Ne, man darf nicht mehr aufstehen. Ja. Man muss dann rüberrutschen. Willst du jetzt da werden oder was? Ja, aber das lässt es auch so. Guck mal, runter Fabis. Fabi, Fabi, Fabi. Das ist nicht schon, aber unbeutnen. Fabel. Jetzt kommt der böse Woll. Das kocht wer? Nee, nicht mit dem Wärmord. Der macht aber nütz. Nee, der ist nur hässlich für mich. Aber jedenfalls wissen wir jetzt auch, warum der hier ist, ne? Ja. Ich weiß jetzt, wenn es dir da ist. Denn Luca und der RP haben... Ja, Luca und der RP haben... Ja, Luca und der RP haben... Und ich hab uns da so... ...gedacht, Fabi, ist da ein bisschen so. Wir werden die Clank. Aber das stand das schon vorher hier. Bevor das die Clank überhaupt... ... oder Mootball generell schon gemacht wurde. Ja, jetzt wird die Fahrt ein bisschen näher, Leute. Ich hab Angst vor Wasser. Aber deswegen... Ich hab Angst vor Wasser. Ich hab Angst vor Wasser. Guck mal, wir haben einen schönen Himmel. Bis auf ein paar Wolken. Ja, und komischen Typenberg. Ich hab Angst vor Wasser. Ah, scheiße. Hey, Leute. Ich hab im Sommerzeiten Weihnachtssocken an. Von der Simpsons. Hä? 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 Ich hab Weihnachtssocken an, hier. Ja, läuft bald, ihr Bruder, ne? Ja. Hä? 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 Ey, gehts so! Der Meer, die Zauberer steht da hinten. Oh, Alter. Wir sind Wasserscheu, ich muss dir verstehen. Deswegen gehen wir auch immer schwimmen. Ähm, hier stand das auch noch was, oder? Ja. Ja? Äh, Leute, schreibt mal in den Kommentaren. Wir werden schon ein Movie-Pod. Hier stand doch auch mal was. Ja. Ich weiß aber noch was. Oh, ein Drachi. Ey, da ist doch ein kleinerer Drache. Das ist ein Babydrache. Das ist versteckt. Ich hab Angst vor dir. Hä? Ist mir doch nicht so aufgefallen, weil ich weiß, ist ja die Brückezustand. Leute, wir werden jetzt wieder ein bisschen nass. Guck mal. Krass, ne? Ja, der ist neu, ne? Na, hallo. Ey, hier war auch da was. Ja. Genau. Ich hab ja so ungefähr vor einem Monat ja auch ein Video über den Bissler-Wüfer gemacht. Und da hab ich ja in dieser Stelle ja abgebrochen. Aber jetzt mach ich dann weiter. Ja. Ja. Warum hast du denn da abgebrochen? Nein, nein. Dann hat er keine Bissler gehabt. Hier, das ist doch mal schön, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir das nicht schön kriegen. So was. So eine wunderbare Märsche mit... Ein Einhorn. Unicorn. Ja. Schwer. Ich glaub, das ist der Abgekehr. So. So meine Freunde, wir sehen uns.